um herr und willkommen zu einer runde mein kopf wird mit mir Tobi Flory und auch wer ist das denn für eine hässliche Gestalt ach das ist der Felix äh 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 das war ein Witz nein das war kein Witz äh äh Felix kauf Glocke ich weiß dass er nicht im Test ist soll ich ihn reinziehen und muten nein mach nicht ok obwohl doch mach mach ok äh äh ne warte ich zieh ihn rein nicht dass die Aufnahme jetzt irgendwie abbricht du musst ihn nur muten ich hab nen zweiten Bildschirm heh Tobi ich muss nichts mehr minimieren oder so ach stopp nicht reden hihihi diese begrüße immer immer noch nicht was denn Felix ist gemütet okay jetzt kannst du reden dann ist der den Weg gerannt so dass ich nicht bauen konnte und der geht einfach schritt weit weiter jetzt kannst du reden und Flor warum baust du dich denn da unten lang es ist alles so viel einfacher wenn man sich oben lang baut aber gut dann bauen wir jetzt halt unten lang ja ja auch Torben ist übrigens arrogant ja und Mann alter Torben jetzt mach schneller ey du kannst einfach nicht ja ich hätte mich ich hätte mich auch hä ja jetzt bist du unten herzlichen Glückwunsch und dann gehst du hier zu blau Alter die sind alle inkompte Felix wollte die Treppe bitte weiter bis nach ganz oben wir sind blau du Dappen dann brauchst dich eben zu grün hier der kann auch nicht hier Tobi rot 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 was ist denn los mit dir ja weil oh Felix ey kannst du echt keine Treppe nein ich wurde runtergeschraubt alles in Ordnung Felix alles in Ordnung Alter was ich veranstalte dir hier denn für ne Scheiße äh diese Treppe ist wichtig ne Felix was machst du hier was bildest du dir eigentlich ein nur weil dein Skin jetzt letztlich aussieht oh guck mal Mr. Weiß ist gestorben Felix ist auch ein richtiger Ego Felix ist auch ein richtiger Ego der hat sich einfach hochgebaut ohne eine Treppe zu bauen ach das war Felix schämst du dich nicht ich hatte Tobi verdächtigt ne er war Felix ey ich bin sehr sozial ab zurück auf dem du bist oder on the way I'm coming to doch Felix du warst das ey Torben hast du hier Blöcke jo jo ja du gehst oben lang komm einfach runter ich hab ein Schwert ich hab 4 schnitzeln lass mich das Wetter bauen ja er fällt einfach runter ach man ja wir hatten einfach recht rot wurde wirklich zuerst zerstört ja wir hatten das angekündet äh mit Ansage schreib ihm nochmal bitte schreib ihm nochmal äh mach ich mach ich mach ich mach ich ja aber echt so ja rot zuerst zerstört scheiße ich hatte grün aufgebaut alter ich brauch nur ne bessere Spitze Sack ähm das war ziemlich easy äh der wird jetzt wahrscheinlich zu unserem Bett kommen einfach YOLO MOLO machen deswegen fass ich darauf auf wie auf mein Schild heiss alles ooooh ich hätte schon ins grün beinah gab roter macht 2 übrigens welchen Spasti ähm niemand ne 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 alles gut Felix du baust das Bett ein Befehl von mir das Bett ist eingebaut zu loppen ja aber nicht gut genug und Flo alter wie wirfst du das Eisen hier hin du Opfer du Opfer du Penner was sollten wir uns nochmal vornehmen zumindest ich sollte mir das vornehmen ja eben wir waren so lange nicht dabei die können gar nicht wissen dass wir nur beleidigen oh fuck ich hab das drückt das ist der Vorteil so und ich geh jetzt mal eben grün zerstören weil die Lappen sind naja ich töte jetzt rot komplett alt weil die auch Lappen ey der rote der rote ist in der Mitte ich denke er wird uns gleich versuchen zu zerstören zu destroyen oh Reed oh Dietl Opportunity das ist echt das ist ich hab ja ich hab den roten ich hab den roten ob der hat der covert aber jetzt kann er 5 Minuten Kurt metros spielen opfer 10 Minuten nein 5 Nein 5 Das war immer 10. Nein, das waren 5. Das waren 10. Das waren 5, das waren irgendwie so und so viele Sekunden, ich weiß es jetzt nicht mehr. Wie viele Sekunden sind 5 Minuten? Ich habe unser Gold hier in der Kiste. Ich tausche gegen Bronze. Ich tausche gegen Bronze. Das war echt nicht so schwer zu rechnen, aber gut. Oh, für dich schon anscheinend. Hä, ich habe es doch direkt gerechnet. Ja, gerechnet, aber nicht er rechnet. Doch, habe ich. Jetzt, warum hat einer hier so eine hässliche Barrikade gebaut? Felix hat mir, hat versehentlich einen Schwert hingeworfen und ich habe es aufgesammelt versehentlich. Du weißt, dass Felix im TS ist, ne? Der hört alles. Ach ja? Leute, willst du, dass Gelb gerade kommt? Nee, weiß ich eigentlich nicht. Die kommen gar nicht, Tom, das ist eine Lüge. Ja, das stimmt. Zubi, was machst du immer? Wir haben hier eine Treppe, du... Ey, Leute, gehst du in der Mitte. Ja, ich wollte hier noch ganz hoch. We can do it, we can do it. Jo, ich komme. Felix, pass auf unsere Rechte auf. Ich habe den Jorgen ausgetrickst, Digga. Ich merke schon. Ich bin direkt, ich bin direkt am Eisen. Ja, wir sind direkt hinter dir. Okay, boxen, 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 boxen. Nein, shit, oh Gott. Oh Gott. Ey, Flo, geh nicht in mich rein. Nein. Sieh mir einfach zu dritt, fuck. Lol, alter, Felix hat unser Bett komplett nicht abge... Äh, hat unser komplett nicht gesichert. Hä, der hat dann die Blöcke wieder abgebaut. Ach, Felix, komm mal hier. Und wir sind locker. Felix, du mal echt, ohne Witz, du mal alles kaputt. Ich wette, der ist... Ich schwöre, der hat Hex. Ja, Severanoff, du hast absolut recht. Jeder, der uns tötet... Alter, Hex ohne... Äh, Severanoff, kannst du bitte mit mir schreiben? Thorben hat es nicht verdient, dass du mit ihm schreibst. Richtig, außerdem störst du in der Aufnahme, allein dein Name mit zwei X... Mit vier Xen im Namen. Außerdem kann der den uns nicht hören, ihr Lachen. Das, das ist richtig. Das, äh, habe ich nur für die Aufnahme gesagt, natürlich. Ja, ja, eben, ich auch. Ey, ein gelber rennt übrigens zu... Wem auch immer, zu grün, glaube ich, ist das. Ja, und ein blauer rennt zu gelb. Ja, denk, Flo deckt unsere Base. Das ist nicht verdient. Ähm, Felix machen. Gelb hat das übrigens eingebaut. Felix ist unser Laufbursche. Ja, ja, ich... Ja, guck mal, ja, ein gelber ist tot. Ich habe, der ist in den Spinnweben und ich habe den Block unter den Dach gebaut. Ja, ja, lustig. Ich habe noch einen. Auch wenn ich dabei gestorben wäre. Komm mal, er ist gestorben. Oh mein Gott, so ein Laufbursche. Leute, die haben das mit Spinnweben gesichert. Ja, ja, aufmerksam machen die ich so. Ey, Tobi, das wäre so schön, wenn der kein Bett mehr hätte und dann daran gestorben wäre. Ja. Einfach so ein richtiger, langsamer, drauf vorbereitender Tod. Ja, die haben das Spiel im Netz abgebaut für ihn. Felix, du musst gleich mit uns zu Bläh, 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 Bläh. Äh, achso. Gelb kommen, der hat einen... Geht zu blau, geht bloß zu blau, Flo. Geht bloß zu blau. Achso. Komm, er schreibt, nee. Er will einfach ein Sklave sein. Ist er aber. Er will aber ein Sklave sein, ist er aber. Ja, komm, damit muss man leben. Hä, du, der hat's immer noch nicht verstanden. Er checkt's einfach noch nicht mal. Der, der Tobi hat gesagt, er will einfach immer noch Sklave sein. Ach, immer noch. Oder halt irgendwas anderes, ich weiß nicht mehr genau. Was hat der Flo nochmal Lustiges gesagt dazu? Der hat dann gesagt, äh... Er ist aber Sklave oder so. Ja, damit muss er aber klarkommen. Ich hab verstanden, er will einfach nicht mehr Sklave sein. Ja, du bist ja auch, äh, nicht ganz so geistig auf unserem Niveau. Ich hör nur das, was ich hören will. Richtig. Hä, wie, wieso will, soll Felix denn kein Sklave mehr sein? Nee, damit ich... Was ist eine Frage? Damit ich ihn beleidigen konnte. Felix! Du hattest volles... Äh, 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 äh. Oh, fuck dir, mein Bögen. Tom, wir müssen uns da vorsichtig langbauen. Nee, ich hole mir jetzt einen Bogen und dann schieße ich die ab. So vorsichtig bin ich. Weil in der Mitte liegt einfach Gold für den besten Bogen, Leute. Eins, zwei, drei. Also, wenn ich jetzt noch... Drei Böcke wurden gebaut. Wow. Alter, übertreib. Der baut sich hoch übrigens. Eins, zwei, drei, vier, vier. So, ich hol mir jetzt den besten Bogen. Und Gelber will bei uns kaputt machen. Ähm, willst du den kaputt machen? Äh, ich hab leider gar nichts. Aber ich kombo ihn. Mit der Hand. Aua. Jetzt kombo er mich. Aua. Er hat nicht zu Tode gekombot mit seiner Spitzsacke. Okay, wenn der kommen sollte, I'm... I'm there. For you. Warum, Felix? Da sind Leitern an unserem Bett. Damit man dann leichter hochkommt, oder was? Ach so. Okay. Ich dachte, äh, theoretisch könnte es ja auch... auch ein Vorteil für die sein, weil... Warum baust du über Leiter dran? Weil, guck, die können sich von oben jetzt immer noch hier hinbauen. Bau der Spinnenweben dran. Nein, aber ich glaub, Felix... Ich glaub... Man muss die erst abbauen. Und mit der Hand dauert's nicht. Ich glaub, Felix spekuliert auf, äh, Dummheit der Gegner. Ja, mach auch noch mal ein paar Cockwebs da hin. Ey, da kämmt der letzte Rote unseren Weg zur Mitte mit nem Bogen. Oh, der bester Mann, ey. Der ist einfach wütend auf uns. Aber ich hab... Ich hab die ja bekommen. I got the best bra, my friends. Ah, jetzt hat er oben Spinnenweben. Jetzt noch überall Spinnenweben, dann bin ich glücklich, Felix. Ich war ich ihm einfach die ganze Zeit aus und der fühlt sich voll verarscht. Wo ist der? Ich hörte den. Der ist direkt da vorne an. Ja, ja, ist es. Go, Torben. Ey, Flo, renn mir den Weg. 2. Ich soll dir den Weg rennen, na gut. Ja, Flo, hat immer nur das, was er werden will, ne? Richtig. So, we are coming. Oh, ich brauch ein bisschen Essen. Ah, der hat nice Schwert. Ey, lockt ihn wieder zu unserem Weg in die Nähe. Äh, ist gerade ganz schlecht. Ja? Passt dir gerade nicht so, warum denn nicht? Äh, ich lock ihn mal hier hin, aber ich hab nur ein halbes Jahrts. Äh, okay, jetzt bin ich gerade nicht mehr da. Ja, und schön, ich geh mal in den gelben. Ja, da tut mir leid. Ah, da, da, oh man, er war fast in Range. Pass auf, wenn er zuerst. Ja, Tom, ich hatte full Equip. Alter. Ja, das ist kein... Lol, sovranov, du kannst gut zählen, ich hab die Elf Gold im Inventar. Hä? Ja, er hat geschrieben, oben liegt der Elf Gold zu mir. Und dann hab ich die jetzt schon im Inventar. Schon viel früherer. Oh, der rote, den müssen wir von hinten klatschen. Ja, ich probier's. Aber irgendwer baut hier ja den Zerzackel mit. Felix, mach das jetzt echt gut. Ich bin zufrieden mit dir, Felix. Du hast, äh, ja, du kannst jetzt auch wieder gehen. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Nein, der darf nicht gehen. Komm, Tobi! Berserker! Aua. Äh, in der Kiste liegen übrigens acht Gold für die, die es interessiert, ne? Gold. Löffel, da unten war ein Gelber. Kann ich auch mit euch, also BW. Ja, kannst du. Möchtest du denn? Wer hat das denn gefragt? Der ist vran. Äh, nee, darf eigentlich nicht, ne? Aber doch, dann hätten wir noch einen Sklaven. Leute! Ich hab den Roten. Die ist getwreckt. Noob. Möchtest du das auch hinschreiben, Torben, oder willst du jetzt irgendwie low sein und das nicht schreiben? Ne, ich will ja nicht beleidigen, ich hab mich ja, äh, gebessert. Er schreibt einfach GG. Und hast du eigentlich nicht. Guck mal, er denkt, Alter, ein GG gemacht. Oh, scheiße! Oh, shit! Oh, shit! Ich brauche Eisen für den Chatblade. Oh, fuck! Alles okay, Torben. Äh, Flo, gib mir mal bitte Eisen. Everything's fine. Ja, voll in der Ecke. So, wer will jetzt noch zwölf Gold haben? Ich verschenke zwölf Gold. Ey, wer macht hier denn immer die Scheiße mit unserem Ö? Ich verschenke zwölf Gold. Ja, ne, ich will nicht, ja. Nö, jetzt auch nicht schon, wenn du hier zu uns in die Base kommst, dann nehm ich. Felix schreibt aber ich jetzt... Okay, pass auf, Kleingeldkloppe. Alter, Felix, ist das dein Ernst? Kleingeldkloppe. Oh, fuck, ich hab alles auf einmal geworfen. Danke. Ich bin auch so in der Steuerung gekommen. So, weißt du, was ich mir jetzt kaufe? Ich kaufe mir einen Steck dran, einen Eisenschwerter für Felix, kannst du mich machen. Bist du dumm, warum keinen besten Bogen? Alter, Felix, wieso brauchst du den zweitbesten? Ja, das ist ein Schwimmweben, weil die meisten, die Russen, die haben keinen Schwerter dabei. Vor unsere... Ach, ne, der blaue gehört jetzt zu uns. Ach, das wird Torben. Die wollen noch nix bei uns, der Village. Ähm, der Gelbe kommt in die Mitte und fliegt einfach mal 10 Milliarden Meter. Nicht mehr. Okay, sehr schön. Ja, Tobi, okay, ab zu gelb, oder? Oder? Ja. Oder einfach nicht. Die sind aber ziemlich stark. Du bist der Diener, Jörg. Nein, nicht mehr. Der Diener... Okay. Wir sind stärker, entschuldigt. Ja, ich bin stärker. Ja, ich bin der mit dem besten... Ich bin der mit dem besten Bogen. Ich bin der mit dem Eisenschwert und Stärke trank. Also, ich bin Nahkämpfer. Und ich baue das Bett an. Ich fernkämpfer. Torben, komm. Ja, ich muss mich... Ja, ich muss mich erst mal durcharbeiten. Ich bin oben langgegangen, weil ich Bogenschütze bin. Wir sind schon bei gelb, Alter. Ja, okay, ich bin da. Tobi, boah, schwammt einen. Ja, ich auch. Ich töte dir, ich töte dir, ich töte dir, die sich neu equipen. Ja, dann mach mal, Flo. Bau mich nicht runter. Nein, Tobi, was machst du? Hier ist einer. Ja, wenn du in den Reihen gehst, dann kann ich dir nicht helfen. So, okay. Okay, alle daumen, glaube ich. Hast du das mal langsam, Flo? Nein, hier erhebten mich alle. Ja, okay, jetzt bau, bau, bau. Tobi, da erkuppt sich einer neu, den schieß ich ab. Oh, Flüger, danke schön. Ja, ich bin tot, Leute. Hä, was, du bist tot? Fuck, ich übernehme, ich übernehme. Mich hittet jeder mit der Hand, Leute, Mann. Oh. Wo seid ihr denn? Ich bin im Spinnen. Nein, das ist die Inkompetenz von Toren. Also, Tobi, wenn du da die Stellung halten... Ich, weiß nicht, ich hab den besten Bogen, aber ich mach keinen Ballspam. Nein, ich geh in den Nahkampf. Tobi, halt. Oh, Felix. Tobi, halt. Felix, komm mit. Ich bin auch tot, Alter, ihr seid solche Idioten. Hä, wieso ich denn? Ja, weil ihr euch wieder neu equipt. Hä, nein, wir kaufen einen Spitzacken. Nein, ja, warum denn? Ich war durch. Ich hätt's geschafft, werdet ihr eher angekommen. Ja, wir haben uns nur Spitzacken gekauft. Wir haben uns nur Spitzacken gekauft. Mann, Alter, und Flo, du hast das einfach nicht hingekriegt gegen einen der Hand. Ja, Felix, Felix, du fehlst, du fehlst. Wegen einen, die sind da immer wieder. Leute, pssst, nö, ich hab alle anderen gekauft. Ich hab Leute, pssst, pssst, fd, 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 fd. Hol dir auch einen Spitzacken und dann go, ja, Flo, hier runterkommen. Ja, Flo, hier runterkommen. Ja, Tor, ich hab das ganze Eisen zu dem Kopf. Komm, komm, hier runter. So, einer down. LoL, Joby raged einfach. Ja, weißt du was, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ja, nein, lass, ich hab ne Pickaxe. Okay, dann geh du. Ja, dann geh du. Loll! Alter, fahre! Einer down! Mann, nein, nein, nein! Ja! Opfer! Nein! Loll, es lebt auch noch einer von grün! So, ich hab den Dener Young kaputt gemacht, jetzt gehen wir den grünen kneten. So, hier Torben nimmt das Eisen. Man Torben, du stinkst! Du Penner! Wo ist denn der Grüner? Bei grün, maybe? Torben ist die Stimmungsschwankung! Torben ist die Stimmungsschwankung! Ja, Flo, bau dich zu blau! Das ist grün! Das ist grün! Äh, was? Das ist grün! Braut euch nicht hoch, ich hab keine Blöcke! Ich brauche nicht, aber du hast doch niemand die Spitzung! Nein, das ist rot, Leute! Das ist rot! Ernsthaft? Ist das dein Ernst? Jetzt bin ich gestorben! Nein, das ist ein Witz! Das ist wirklich rot! Ja, ich weiß, wo der steht! Der steht bei sich oben! Ich wollte nämlich schon sagen, grün sah nämlich irgendwie anders aus! Ja, richtig grün, das ist schon rot! Ich weiß, wo der ist! Aber ich sag's euch nicht! Der ist nicht bei grün! Ich weiß, wo der ist! Der steht oben auf seinem... Oh, da ist er ja! Hi! Na, wie geht's dir? Alles fit im Stück? Na, wie geht's dir? Alles fit? Aua! Der hat ein bisschen rumgebacken! Ich hab 13 Gold! Napp! Tobi! Okay, ich baue dich runter! Ich kann jetzt nicht unbedingt sprinten! Oh! Ja, da bin ich einfach mal auf dieser Laterne hier gelandet! Ich weiß nicht, ob das dein Ziel war! Lori equippt sich einfach! Ja! Ich wollte einfach seinen Weg ab! Oh! Oh, halt! Stopp! Grüner, wir machen Frieden, okay? Dafür kriegst du auch ein Bonbon! Ja, ich will auch Frieden! Er macht keinen Frieden! Alter, dann soll der Master wieder ankommen heute! Er zeigt aber Frieden an! Wo ist der? Leben wir in Frieden together! Bis wir sterben! Oh! Ei! Ich bin hinter dir! Ich bin einfach hinter ihm gesprungen! Wo ist der denn? Hey, ich hab mal... Gotcha, Level 2! Danke, Felix! Ach komm! Lass es uns! Ja, ne! Ich hab dich nicht lieb, Felix! Lass es uns auf die altmodische Tour machen! Wieso? Zum Teufel hat der ein fucking Eisenschwert! Ja, weil der dumm ist vielleicht? Ja, Felix! Felix hat einfach OP-Ausrüstung 9! Was wäre schön, Severanov! Ach, wenn wir in Frieden zusammen liegen? Ja, fände ich auch! Ich will auch mal nicht mit Severanov überleben! GG! Er schreibt einfach GG! Nein! Spring nicht in den Abgrund oder so! Bitte! Ich will ihm die altmodische Methode machen! Nicht leften, nicht in den Abgrund springen! Bitte gar nichts davon! Ich will was cooles machen, Torben! Ne! Ich hab viel cooler von... Ey, Felix, bleib mal stehen! Felix! Stopp! Stopp! Ah, fuck! Ich krieg ihn grad so auch nicht! Oh, Mann! Da war ein Block drunter! Aua! Felix hätte fast Felix drunter machen! Er hat mich erwischt! Okay, Felix, stopp! 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 Ja! Komm schon! Felix, guck mal hier! Hier ist der! Torben und ich geh'n vor... Ne, ne! Okay, ich hab' ihn zurückgedrängt! Ja! Nein! Nein! Flo! Was war... Hä, was hab' ich denn hier... Du hast mein T-Shirt runtergeschoben! Du hast mein T-Shirt runtergeschoben! Kann man das... Ja! Oh! Oh! Nein! Nein! Nein, Felix! Lass mir noch einen Versuch! Lass mir noch einen Versuch! Danke! Oh, er ist ein Goldapfel! Das macht... Alter, Felix hat das... Du musst noch einen Goldapfel fressen! Alter! Das sieht aus wie so'n Tempel! Er jagt mir nach! Er ist... Aua! Ich bin dann falsch angestorben! Ey, guck mal! Flo! Das sieht aus wie so'ne Pyramide! Lol, yo! Hä, warte! Zeig dir so! Bleib mal bitte stehen! Felix hat Wert auf optisches, äh... Design gelegt! Äh... Innen... Oh ja, Alter! Die war eh die beste aller Challenges! Wir müssen mal wieder Challenges machen! Wenn ihr das wollt, Leute, bitte liked dieses Video und schreibt's in die Kommentare! Ja! Am besten einfach in die Kommentare! Ich hab' ihn zurückgedrängt! Ich hab' ihn zurückgedrängt! Ich hab' ihn zurückgedrängt! Ich hab' ihn zurückgedrängt! Er setzt Feuer! Er setzt Feuer! Aua! Und... Dann zeig' ich auch noch meinen Fuß! Ich zeig' auch meinen Fuß! Ich boxe ihn von hinten! Ah, du musst zu Torben! Ja! Is... Get... Wreckt! Is... Get... Get... Hier... Äh... Wreckt! Is... Get... Alter, Flo, wie schreibst du Get? Oh, da treib' ich doch so, damit es anerwartet wird, Junge! Okay! Ja, Leute! Es war eine... Eine lustige Runde! Wir haben viel gelacht! Flo, jetzt komm' einmal zu... Flo, komm' einmal in meine Lobby, bitte! Nein! Ich geh' jetzt in die nächste Runde, Leute! Ja, Flo, beeil' dich! Flo, beeil' dich! Bist du... Hä, Torben ist nicht online! Ach, du bist der Spaß! Wieder auf Null! Okay! Ja, Leute! Wir sind schon in der nächsten Runde! Oh, nein! Ich dürfte nicht sehen, was wir haben! Ich muss es zensieren! Nein, sind wir eigentlich nicht! Wenn... Ach, okay! Nein, wir nehmen ihn ja noch nicht! Ja, also wenn... Ja, darf ich noch die Abmoderation machen? Danke! Also, wenn's euch gefallen hat, lasst eine positive Wettung da! Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wieder Challenges haben wollt! Nein! Und, ähm... Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal! Haut da rein! Und... Tschau! 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 Tschau!